Was haben wir? Eine Leiche. Wer ist es jetzt? Pathologen-Ehrenwort. Dieser Mann ist schon außergewöhnlich lange tot, da bin ich mir fast sicher. Wie lange? Kann ich nicht genau sagen. Aber sieh dir mal seine Zähne an. Schlecht gepflegt, keine Füllung. Wie vor 100 Jahren. Du kannst also in der Zeit zurückreisen und triffst dort deine Ruhr. Die Leiche hat sich verändert. Sie schrumpelt zusammen wie eine Tüte d'Obs. Da kann soweit zusehen. Ich habe noch niemals eine Leiche innerhalb einer Stunde so schnell altern sehen. Tut mir leid. Untertitelung des ZDF für funk, 2017